Hallo, ich begrüße euch ganz herzlich zum Kachelmannwetter. Wir schauen natürlich heute schon mal so in Richtung Wochenende. Bevor wir das machen, werfen wir aber mal einen Blick erstmal in Richtung Westen, nach Frankreich, nach England. Da ist jetzt in den nächsten Tagen doch deutlich mehr los beim Wetter. Da entwickelt sich ein sehr, sehr kräftiges Sturm und Orkan-Tief und das wird dort zum Teil heftige Regenfälle und auch einiges an Wind bringen. Wir schauen mal auf die zu erwartenden Windböen für morgen früh in Frankreich. Wir sehen hier an der Bretagne, dort wird es vollen Orkan geben. Und das nicht nur so ein paar Böen um 120 kmh. Nein, dort sind an der Küste durchaus Böen von 150 bis 170 kmh stellenweise möglich. Und das ist selbst für die sturm erprobte Region dort an der Atlantikküste sehr, sehr heftig. Nun, diese Karten findet ihr auch bei uns im Internet. Ich verlinke euch das mal in den Infokarten. Da könnt ihr selber mal schauen, wie sich dieses Sturm- und Orkan-Tief da jetzt in den nächsten Tagen entwickeln wird. Denn bei uns wird sich das Ganze doch eher in abgeschwächter Form zeigen, sowohl was den Wind betrifft, als auch was den Regen betrifft. Denn wenn wir uns mal die zu erwartenden Regenmengen bis Sonntagabend bei uns anschauen, da sehen wir da in Richtung Westen Frankreich, britische Inseln, hier gar nicht mehr drauf. Dort wird es heftig regnen, zum Teil mit 60 bis 80, örtlich auch über 100 Liter. Auch im Südstau der Alpen, wir haben jetzt eine Föhnlage, so in der Schweiz, im Tessin auch sehr, sehr viel Regen. Bei uns wird wahrscheinlich gar nicht allzu viel passieren. In Richtung Frankreich, französische Grenze, da mal häufiger etwas Regen. Da zieht eine Kaltfront am Samstag durch, auch die kann mal ein bisschen Regen bringen. Einzelne Schauer, aber die großen Regenmengen, das seht ihr hier, die wird es wahrscheinlich am Wochenende nicht geben. Jetzt haben wir schon mal auf den Regen am Wochenende geguckt. Jetzt schauen wir noch mal auf die einzelnen Tage. Schauen wir auf den heutigen Donnerstag. Der beginnt auch vielerorts mit zum Teil dichteren Nebelfeldern. Dieser kann sich doch zum Teil auch vor allen Dingen in Bayern recht hartnäckig halten, örtlich auch bis in den frühen Nachmittag hinein. Ansonsten, wenn sich der Nebel aufgelöst hat, scheint so von Bayern bis hoch zur Ostsee relativ gut, relativ verbreitet. Die Sonne, im Osten kommen ein paar Wolken dazu und auch im Westen wird es sich relativ, im Westen und Südwesten relativ schnell zuziehen. Und da beginnt es dann zu regnen, vor allen Dingen am Nachmittag regnet es dann so vom Emsland, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz bis nach Baden-Württemberg. Die Temperaturen in den Gebieten mit dem Dauernebel, so Richtung Donau, wo es sich hartnäckig hält, so um die 15 Grad. Ansonsten ist es doch sehr mild, mit 17 bis 20, auch örtlich 21 Grad. Am morgigen Freitag wird es dann wahrscheinlich größtenteils trocken sein, lediglich im Südwesten, so vom Saarland bis zum Hochschwarzwald. Da kann es aus dichten Wolken etwas regnen, auch im Nordosten mal Richtung Ostsee ein paar Tropfen. Ansonsten gibt es wahrscheinlich ein trockenes Gemisch aus zeitweiligem Sonnenschein und relativ kompakteren Wolkenfeldern. Die Temperaturen dann mit einsetzenden Föhn an den Alpen. Dort wird es dann auf den Alpengipfeln durchaus Orkanböen geben. Kann Samstag früh dann durchaus auch mal sein, dass der Föhn bis in einige Alpentäler durchbricht. Auch dort einzelne Sturmböen. Dazu wie gesagt im Süden Bayerns recht warm mit 22, 23 Grad. Kühler ist es dann Richtung Saarland mit dem Regen nur so 16, 17 Grad. Ja, gucken wir dann aufs Wochenende. Da wird es dann so sein, von Südwesten her zieht dann am Samstag eine Kaltfront auf. Die bringt dann schon deutlich kühlere Luft im Südwesten. Zuvor allerdings dann nochmal im Osten und Südosten nochmal sehr warm. Bis zu 26 Grad durchaus in Sachsen und Brandenburg. Dazu dort recht viel Sonnenschein. Im Süden kommen dann auch ein paar Schauer auf, eventuell auch einzelne Gewitter. Da bricht der Föhn dann zusammen. Und mit der Kaltfront sind durchaus auch im Süden von Bayern ein paar stürmische Böen oder Sturmböen möglich. Ja, am Sonntag wird es dann wahrscheinlich im Westen und Süden ein paar Schauer geben. Wird relativ windig bis stürmisch im Westen des Landes. In freien Lagen sind auch hier einzelne Sturmböen möglich. In Richtung Norden und Osten sieht es trocken und recht freundlich aus. Aber auch hier gehen dann die Temperaturen im Vergleich zum Samstag etwas zurück. Das war's von mir. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.